nach hey Leute herzlich willkommen zu der ersten Folge war du ich bin aufgeregt und es ist wie es ist heute warte ich muss kurz den server finden wo ist er wo ist er wo ist er wo ist der server hier es ist noch niemand auf dem server wir join in 3 2 1 go ok ich war schon was was please wait before reconnecting ich bin drin ich kann nicht rauf join warum ich kann nicht rauf join ich kann nicht rauf join ich kann nicht rauf join hast du die ip falsch angegeben sie kommt bei mir aber das steht wait a moment before reconnecting trottelt ja probier nochmal ja ja mach ich alter jetzt ist er weiß was das kommen wir kommen wir zu mir konsumieren konsumieren hier 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 sehe ich nicht hier ist jetzt nicht mich kommen wir nicht um so wir haben zeit wir haben zeit er hat vom holz und stirbt nicht das skelett bitte war der borde ist voll klein ja habe ich auch gemerkt okay 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 er vom holz vom holz wir haben zeit wir haben zeit wir haben zeit kein holzschwert machen ich geht zuerst mal essen gehen noch auf dem kippe 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 nicht wie in der ersten scheiß folge ja komm jetzt komm jetzt komm jetzt komm mit nein nein ich muss das mehr fahren wir können er wir gehen zuerst ein bisschen vom spawnen weg dass uns niemand nachschauen können in der ersten folge dürfen wir uns ja noch gar nicht töten ja aber wenn sie in der zweiten folge sind erwarte ist hier essen nicht ist nichts er ist nein 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 ich hab den 9 9 9 zuckerrohr wo bist du ich habe gerade nur ein bisschen stein ab für das standard equip am anfang hier schon laber also kina das wort ich brauche essen komm wo bist du ja das heißt hier immer noch im spawn oder was ja genau dort wo ich gerade das dann komm jetzt kommt es mal zu mir im moment wir kommen wir müssen zum spawnen weg ich habe nicht zu essen wir brauchen essen ich will mir gerade steine kippen machen das können wir später machen komm mit nein nein das mache ich jetzt okay dann mach ich brauche unbedingt essen als euch da vorne ist ein schaf ich gehe zum schaf hier sind schon lavahöhlen ah das ist ein kleiner lavasee oder logisch direkt am spawn die ersten hunden hast du mir phoenix lauf da noch einfach ja ja geben wir noch einen moment ich mache ich mache mir noch noch nackst noch die spitzhacke da vorne ist noch noch mehr ein ding und danach direkt runter glauben gut gut ich verpiss mich wo bist du kommen wird kommt nachher zurück ich muss ich gehe mir zuerst in die wüste ist hier der zuckerrohr ich habe genug zuckerrohr ich habe ich habe schon 18 ich habe 18 und hier ist eine höhle komm mit aber wenn die andere ja ich sehe dich überhaupt nicht warte ich komme zurück ich gehe zum spawn ich bin in Richtung wüste gerannt nee nee komm von der wüste weg die bringt uns überhaupt nichts das ist das schlimmste was wir machen könnten nein komm zurück komm zurück wir müssen jetzt formen wir können jetzt noch nicht in die wüste gehen wir müssen ich komme zurück ich komme zurück zu spawn also ich kann nicht mehr denn also gut du hast genug holz komm mit ich habe ich habe gar nicht genug holz ich habe fünf stämme ja das reicht wir gehen wir gehen nicht lange form also kommen zurück zum spawn bin ich und jetzt schade ich um und ich bin hier du bist nicht am spawnt du bist du nicht am spawnt nein doch hier komm komm mit komm mit sich wir müssen jetzt sofort fahren felix wir verbreiten zeit die ganze zeit was machst du ich wollte meine sich anstrengungen höhere einstellen komm einfach mit ich habe eine frage ist eine intelligente idee dass ich lebe immer drin habe weil ist ja weil er stimmt du du nimmst ja auf und das heißt nur ich kann die koordinaten zu sehen weil kein zweiter levy mod zeigt es automatisch die koordinaten vom essen wo ich bin fast zu beim ersten jahr du kannst auch was töten ich bin fast tut ich kann ja ich sehe dein leben ja da oben ist kuhfleisch so behindert komm mit äh da vorne ist eine höhle kommt also wir haben so viel zeit verloren weil du ja genau genau doch doch komm hier ein ich habe gar keine zeit verloren also fahr mal die kohle dann können wir direkt das essen braten wir sind viel zu langsam was machst du noch? geil danke ich wollte gerade in der workbench machen kannst du auch früher sagen jetzt haben wir wegen der zeit verloren kohle ist drin ja nass ich nehme dann zuerst das essen raus weil ich muss äh unbedingt regenerieren regenerieren und wir gehen nachher da links in die höhle rein und bauen zu ich fahr mal den wir auch noch in der wir sind extrem langsam gerade ne? unproduktiv scheiß sind wir unproduktiv wir haben wir haben äh zwei folgen pro tag fackeln 20 während das essen braten das muss ich jetzt kurz machen gut sichtweite auf maximalen bild rad unbegrenzt sichtweite 32 extreme gut das lecker ding hier bei mir genau da ist eine kuh also hier ist direkt nach so einem see nicht gut kannst du zurückkommen ja ich komm gleich zurück ich fahr mal ein bisschen essen noch nun gut ich ich baue mich in die höhle rein ja aber die linkste die geht weit herunter das ist an wo ich die fackeln platziert habe die ist denn an na gut dann gehörte äh also bist du da bei der höhle wo wir die öhren die öffnen gesetzt haben ja ok 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 das ist ein bisschen dumm hier denn das ist egal wir haben ja noch die zweite folge also ja und 50 58 keine ahnung sieht das scheiß aus egal wir uns hoffentlich keine nachschauen äh ok baue dich schon mal runter ich äh machen wir noch eine spitze boah wir sind alter der anfang war so schlecht aber was können wir noch reißen es gab ja auch ein grobe also ein test war da waren wir ziemlich gut yankees war gut oder einer von uns hatte zwei äh drei kills am schluss aber dann wurde sie halt abgebrochen weil heute das richtige war du ist und ich hoffe das wird auch so in diesem war passieren außer dass du länger lebst also du hast ja jetzt schon länger überlebt das letztens ja hast du eisen schon nein als ob wir noch keinen eisen haben wollen nein haben wir noch nicht ich brauche mich noch weiter runter ja unbedingt bis 13 und dann stripmine ich sag dir dann in der taktik wie es am schnellsten geht und nicht das mit den anderen seiten so voting bauen ich stripmine eigentlich selten weil ja gut aber hier in vado bringt das viel ich hab mit stripmine nie gute erfahrungen gemacht also ich hab jetzt im probe vado habe ich sehr gute erfahrungen gemacht also würde ich kann ich zubauen verdammt würde ich jetzt hier empfehlen vor allem ich habe eine ziemlich geile taktik herausgefunden wie wir sehr schnell an diamanten kommen darum hatte ich letztens auch eine full dia rüstung natürlich auch leute killen das bringt am meisten fast das muss weiter runter so gut ich bin hier bin bei dir gut kohle gibt level ich hab schon drei level ich hab zwei level ich bin auf ein und also ich bin grad auf 31 ja noch weiter runter ja ich hab eisen gefunden das ist das ich bin mit du brad mal komm jängs ja komm ich war noch ein bisschen kohle hier ab Ich hörte das Eisen hier hin. Äh wo wo wo? Ich hab's von meinem Minengang hingeworfen. Mach daraus bitte mal zwei Eisenschwerter und den Rest Eisenspitzhacken. Weil Eisen finden wir denk ich mal noch genug. Wir verzaubern die Eisenrüstung nicht. Ja ja weiß ich weiß ich. Doch vielleicht auch Protection Rides wenn man genug Level hat. Ja eben. Aber nicht zu viel also nicht so Protection irgendwas. Ja 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 ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß. Weil mir hat das nichts gebracht außer ein Kill. 10 Minuten noch okay. Wie bei dir sinds wie lang noch? 10 Minuten. Genau. Hä? Bei dir? Sag die genaue Zeit bei dir. 9 Minuten 45. Ja guck bei mir sinds noch 10 Minuten 10. Okay. Boot bin auf 12. Nice. Äh und jetzt. Ja mach schon. Äh warte. Ich komm gleich runter. Ja eben. Ja grab mich schon mal in ne Richtung. Und ich baue dann zwei Blöcke neben dir so in ne Richtung. Und dann finden wir ne Richtung. Aber dann haben wir das wahre. Das Frauentausch wahre. Ja man. Ne wir auf wir. Ich hab grad gesagt. Hab ich grad erst aufgesagt. Wenn wir uns gerade ausbauen finden wir ne Richtung. Eisenschwert. Bringt das was? Ja 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 ja. Sind da nur 4 Eisen. Und. Und der Rest. Sind ja nur 4 Eisen. Egal. 4 Eisen. Bringt uns eigentlich nicht so viel. Du hast genug Holz ne. Mhm. Gut. Erstmal das eine Steak. Weil sonst. Kommt uns nicht gut raus. Ich bin auf 12. Ah ok. Äh ich komm dann auch runter nachher. Oder ich komm jetzt runter. Braten können wir dann später. Ja. Komm schon. Und runter. Aha. Wo bist du. Ah hier. Komm. Ja. Sind wir die ersten die aufnehmen. Ne 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 ne. Das gäbe auch schon viel. Okay jetzt Spitzhacken. Komm sofort zu mir. Ich brauch unbedingt Spitzhacken. Dann. Bernd das Brat. Jetzt schon mal mit der. So. Ich baut mich dann 2 Blöcke neben dir. Baue ich äh. Den Gang weiter. Also du warst neben mir weiter und so. Gut. Aber zuerst. Gib mir zwei Spitzhacken. Ich hab nur 3. Äh. Ich hab nur 2. Also insgesamt 2. Ja gut. Ja gut. Dann gib mir eine. Ich hab. Ich brauch auch eine. Na. Dann gib mir eine. Achso. Darf ich mich eine geben. Und dann hast du was für was. Äh. Das Eisen für. Noch für was anderes gebraucht. Ah. Das Eisen schmerzt noch. Komm her. Da ist Eisen. Baut es ab. Das Eisen übers. Ne. Das war die. Eine Spitzhacken. Den brauch ich. Kannst du mir geben. Danke. Was hast du mit einem anderen Eisen gemacht? Das hab ich noch nicht gebraucht. Ah. Geil. Ich bau mal Redstone ab für. Äh. Level. Ja. Okay Eisen. Hier werden wir genug haben. Ja. Ins Nerva werden wir es ja wahrscheinlich nur einmal gehen. Weil ja. Ja. Das bringt uns nicht so viel. Außer Level halt. Ja. Weil Tränke sind verboten. Können wir nicht machen. Äh. Braucht. Cool. So. Aber. Auf jeden Fall haben wir schon mal ein. Äh. Papier. Äh. Wo hab ich die jetzt hier. So. Gut. Anfang gerade ausbauen. Ja. Ja. So. 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 Okay. So. Ja. So. 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 Oh. So. wieder dass das rechts und lasse ich jetzt mal aber es wäre es am anfang ist ja aber wie gesagt ich lasse es mal ambos auch für anders als mir kommt so das gefühl auch dass das owner jemanden das gerade viel viel seltener gemacht hat ja ich hab noch nichts gefunden fünf minuten noch noch 5 30 bist du weit vor mir oder bei welcher x-koordinate bist du x 240 du bist du hast dich gerade 6 blöcke neben mir ich kann zwei blöcke rüber bauen und du bist da ich bin aber bei x ja du bist du bist zu viel weiter vorne als ich alter das ist viel schneller vorgebracht ja schau dir schau mal bei welcher x-koordinate bist du minus 243 dann bist du dann bist du drei blöcke neben mir nee ich bin minus 206 zum vier oder nein doch doch dann sind da sind wir eigentlich ja drei blöcke voneinander entfernt aber dann liegen diese jetzt er die zieht die bei m1 und Bergbank Bergbank macht doch schneller was mache ich immer für eine scheiße weißt was ich machen was war das dachte dass ich dachte da war was das ist ja kein spiel auf dem server also trotzdem ich bin nicht ich war in der ersten folge letzten spiel war da war ich schon full iron protection 1 und das war geil ich finde ich sehe deinen namen ja gut ich bin bald bei dir ich muss kurz mit mir das scheiß holzpizack abbauen was ist das man ja ein scheiße ist aussieht was das jetzt sein was das für ne ich finde nichts hier ist da ist nochmal ich hab nur zwei bitte gib mir noch eins ich muss weiter meinen bei mir sagt also dort wo ich jetzt stehe ist auch heißen soll ich dann aber lieber in der nächsten folge abbauen du hast doch zwei minuten ja trotzdem ich bin ja wir können auch roten ja gut dann stellt das auf so ich kann auch du das heißen ab und ich baum und ich brauche mich schon mal weiter vorne ja auch du warum macht denn borde nur 400 blöcke so 400 blöcke groß ich habe keine ahnung welchen warum ist es 4000 ja also 1000 1000 4000 hat gelbe gesagt zwei minuten noch ne ja gut bei mir 30 sekunden mehr hast du genug essen ich habe gar nichts ja gut dann müssten wir nächste vor also nächste folge kurz ausrüsten und dann über nächsten folge also das heißt morgen in die oberfläche wenn wir genug gut genug ausgerüstet sind ja ich denke nächste folge werden wir schon matthias finden hoffe ich weiß nicht ob das ein bisschen ja doch ich denke schon bau dich nicht so weit weg kommt dann wieder zurück warum ich extrem weit ja ja wir nehmen ja nach sowieso noch eine folge auf ja aber trotzdem wenn wir zehn level egal gut ich habe erst drei aber aus ja ich immer ab 60 sekunden bei mir noch 90 das ist doch kein gold nein kein diamant nur ab und zu ein bisschen kohle sich für die fackeln braucht 30 sekunden immer das eis nur raus kurz gut ist ja gut wenn ich ja gold okay das können wir kommt dann nachher zurück und wir können dann in der nächsten folge das gold braten oder ich kann das in dem jetzt ist sowieso nachher grad die die nächste fahrzeugen kommen aber trotzdem zurück ja in der zweiten komme ich dann zurück aber noch nicht jetzt ja ja ich meine ich weiß ja das meine ich okay ja gut dann 321 gut ich bin raus ich bin raus ich habe ich habe noch 30 sekunden gut ich schaue schon mal jetzt ne tschau leute bis zur nächsten folge war die erste folge war natürlich nicht so spannend wird vielleicht in der nächsten folge anders vielleicht in der dritten folge schon kampf hoffentlich das wäre das wäre so geil wenn ich jetzt noch in den letzten zehn sekunden die aus finden werde ich ja ich warte jetzt noch bis du gekriegt wirst fünf komm schon das wäre doch super geil ok gut leute hoffentlich dritten folge vierten folgen kampf wenn wir das schaffen das habe ich letztes mal in der dritten folge also dann leute ciao ne leute finix aber ciao ja